Vor dir die Generation, also vor meiner Generation, haben die auch dasselbe gesagt wie du, hat er gesagt. Aus der Perspektive habe ich das Ganze gar nicht betrachtet und habe mir das ein bisschen zergehen lassen, ein bisschen nachgedacht. Da ist auf jeden Fall schon etwas dran, das stimmt. Trotz allem bin ich der Überzeugung, meiner Meinung nach, dass es gewisse Punkte einfach gibt, die, egal wie sich die Zeit entwickelt, nicht verloren gehen darf. Erster Punkt, ganz wichtiger Punkt, auch für mich und dasselbe auch für dich, Respekt. Um mal zu sagen, ich spreche mal jetzt für uns beide, was für einen Stellenwert Respekt hat. Respekt in einer Beziehung, Ehe, Freundschaft, Familie. Im Allgemeinen ist die Grundbasis das Fundament für alles, was du daraufhin aufbaust. Wenn das nicht stimmt, meiner Meinung nach, beziehungsweise wenn ich für uns beide spreche, wenn das nicht stimmt, dann kannst du darauf nichts Stabiles aufbauen. Wenn der Respekt nicht herrscht. Du beschäftigst dich seit über elf Jahren und auch länger schon mit Beziehungen und der Psychologie des Menschen und so weiter und so fort. Und wenn man sich deine Texte mal genauer durchliest, wenn man sich deine Bücher zum Beispiel durchgelesen hat, denkt man so am Anfang immer so, wenn man schon, weil es gibt ja mittlerweile sehr viele Menschen, die so Lyrik und so weiter und so fort machen. Aber jetzt auf dich bezogen ist das so, dass man einfach oberflächlich oder für den ersten Moment denkt, ach, das ist ja das, das höre ich ja öfters und wie auch immer. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt, ist der Punkt Respekt die erste Aussage in jedem deiner Texte. Du kannst ja niemanden lieben ohne Respekt. Du kannst deinen Bruder nicht ohne Respekt lieben, du kannst deine Frau nicht ohne Respekt lieben, du kannst deine Eltern ohne Respekt nicht lieben. Wenn wir das Wort Respekt zerpflücken, verstehen wir wirklich, was dahinter steckt. Und wie einfach Respekt zu geben ist und wie einfach ist es auch Respekt zu bekommen. Und wie wichtig oder wie grundlegend Respekt eigentlich sein kann. Respekt besteht aus zwei Worten. Re und Spektus. Rücksicht. Auf Deutsch übersetzt bedeutet Respekt Rücksicht. Wenn wir Rücksicht nehmen auf die Gefühle des Anderen, für die Zeit des Anderen, für seine Werte. Wenn wir auf alles Rücksicht nehmen und wirklich da tolerant und akzeptierend sind, dann werden wir eine viel bessere Welt kreieren können. Aber wenn jemand Respekt gar nicht versteht und vielleicht auch nicht merkt, dass Rücksicht der wahre Respekt ist, dann wird er generell nicht weiterkommen im Leben. Weil mit Respektlosigkeit kommst du bis zu einem gewissen Punkt im Leben und dann geht es nicht mehr weiter. Genau, du stopst irgendwann.